Nun haben wir schon einiges über Funktionen erfahren, was eine Funktion überhaupt ist und wie man grundlegende Eigenschaften einer Funktion unterscheiden kann. Die Begriffe Injektivität, Surjektivität und Bijektivität bezeichnen die Abbildungsvorschrift genauer. Obwohl Funktionen in der Schreibweise den Gleichungen sehr ähnlich sind, gibt es einen entscheidenden Unterschied, der aber zum Glück recht einfach zu merken ist. Betrachten wir dazu folgendes. Der Ausdruck 10 ist 6 plus x ist dem Ausdruck y ist 6 plus x sehr ähnlich. Einer der beiden ist eine Gleichung, der andere eine Funktion. Im ersten Fall 10 ist 6 plus x gibt es eine klar definierte Lösung für x, nämlich 4. Im zweiten Fall y ist 6 plus x gibt es für jede Zahl, die für x eingesetzt wird, ein y als Lösung. Der Unterschied zwischen einer Gleichung und einer Funktion ist also der, dass bei der Funktion einer Variable z.B. x der Wert einer anderen Variable z.B. y zugeordnet wird. Die Funktion gibt also einen Zusammenhang zwischen x und y an. Eine Gleichung hingegen ist eine Aussage darüber, dass links und rechts vom Gleichheitszeichen das gleiche steht. Die Gleichung gibt also einen Inhalt einer Lösungsmenge an, z.B. 4. In dem einfachen Beispiel ist somit der erste Fall 10 ist 6 plus x die Gleichung und der zweite Fall y ist 6 plus x die Funktion. Auf Peters Telefonnummernliste angewandt bedeutet dies, dass grundsätzlich jede Telefonnummer in der Liste einer Person zugeordnet ist. Dies ist die Funktion und dass die Telefonnummer 0661 3216 8 der Person Gabi zugeordnet ist, dies ist die Gleichung für genau diese Nummer. Dies ist natürlich ein sehr einfaches Beispiel für eine Funktion. Funktionen sind in der Mathematik allgegenwärtig. Es gibt derart viele verschiedene Arten von Funktionen, dass man diese in einzelne Klassen unterteilt. Hier sieht man z.B. eine Auswahl von Funktionsklassen. Teilweise überschneiden sich diese Klassen oder sind sogar ineinander enthalten. Natürlich können wir nicht all diese Klassen untersuchen. Daher konzentrieren wir uns auf die wichtigsten vier. Diese sind die Polynomfunktionen, rationale Funktionen, trigonometrische Funktionen und Exponentialfunktionen. Beginnen wir mit den Polynomfunktionen oder auch Polynomen genannt. Gegeben sei die Funktion Pol, wobei von der Menge der reellen Zahlen auf die Menge der reellen Zahlen abgebildet wird. Pol von r nach r. Es gilt, p von x ist gleich 2x² plus 3x plus 7. Dies sieht einer uns bereits bekannten quadratischen Gleichung sehr ähnlich. Jedoch mit dem Unterschied, dass es hier nicht nur zwei bestimmte Lösungen gibt, sondern grundsätzlich für jedes x, das man einsetzen kann, zwei Lösungen herauskommen. Nun, diese Funktion ist also ein Polynom, weil es mehrere Monome enthält, genau genommen 3. Ein Monom ist ein Ausdruck der Form x hoch einer natürlichen Zahl, bzw. x hoch 0. Diese natürliche Zahl bzw. 0 ist hier mit n angeschrieben. Die Variable Zahl, für die die Funktion gilt, ist also x. Die drei Monomen dieser Funktion sind also x², x hoch 1 und auch x hoch 0. x hoch 0 ist ja 1, unabhängig davon, was für x eingesetzt wird. Aber wo befindet sich x hoch 0, sehen wir uns dazu das Polynomen etwas genauer an. Vor jedem Monom steht noch eine weitere Zahl, der sogenannte Koeffizient. In diesem Beispiel sehen wir also die Koeffizienten 2 beim x², 3 beim x hoch 1 und die 7. Die 7 scheint kein Monom zu haben, doch können wir der 7 das Monom x hoch 0 hinzufügen, da x hoch 0 ja stets 1 ist und damit 7 mal 1, 7 bleibt. Wenn wir nun für den Koeffizienten stets an schreiben, je nachdem bei welchem Monom er steht, also a2 bei x², a1 bei x hoch 1 und a0 bei x hoch 0, so können wir das Polynom auch etwas allgemeiner anschreiben. Ein weiteres Beispiel für ein Polynom ist folgendes, wobei wieder von r nach r abgebildet wird. In diesem Polynom, nennen wir es p, erkennen wir ebenso mehrere Monome. x hoch 5 ist zum Beispiel ein Monom und auch x hoch 3 und x². Auch das Monom x hoch 0 kommt wieder vor, denn x hoch 0 ist 1 für jedes x und es gilt, –11 ist –11 mal 1 bzw. –11 ist –11 mal x hoch 0. Was ist mit den Monomen x hoch 4 und x hoch 1? Kommen auch diese vor? Offensichtlich nicht, jedoch können wir sie künstlich hinzufügen, indem wir die Koeffizienten für diese beiden Monome jeweils mit 0 annehmen, also 0 mal x hoch 4 und 0 mal x hoch 1 einfügen. Da eine Zahl mit 0 multipliziert immer 0 ergibt, verändern wir die Funktion dadurch nicht, wenn wir so 2 mal 0 einfügen. Somit lautet dieses Polynom, p von x ist 7x hoch 5 plus 0x hoch 4 minus 10x hoch 3 plus 1x² plus 0x hoch 1 minus 11x hoch 0. Diese Koeffizienten dieses Polynoms sind also, beginnend mit dem Monom mit dem größten n, 7, dann 0, dann 10, dann 1, dann 0 und schließlich 11. Übrigens, das größte n für das a n ungleich 0 gilt, ist der Grad des Polynoms. p ist in diesem Fall also ein Polynom vom Grad 5. Im ersten Beispiel hätten wir ein Polynom vom Grad 2. Wieder allgemeiner angeschrieben, erhalten wir für dieses Polynom also, p von x ist a 5x hoch 5 plus a 4x hoch 4 minus a 3x hoch 3 plus a 2x² plus a 1x hoch 1 minus a 0x hoch 0. Verglichen mit dem ersten Beispiel, px ist a 2x² plus a 1x² plus a 0x hoch 0, erkennt man nun die Regelmäßigkeit, die allen Polynomen zu eigen ist. Hätten wir beim ersten Polynom a 5 mit Koeffizient 0 sowie a 4 mit Koeffizient 0 und ebenso ein a 3 mit 0 hinzugefügt, also p von x ist 0x hoch 5 plus 0x hoch 4 plus 0x hoch 3 plus 2x² plus 3x plus 7 angeschrieben, so würde es wieder der allgemeinen Form des zweiten Beispiels entsprechen. Wir können also weiter vereinfachen und kommen auf die allgemeine Form eines Polynoms mit dem Grad n. p von x ist a n x hoch n plus a n minus 1x hoch n minus 1 plus a 0x hoch 0, wobei a n nicht 0 sein darf. Es gibt auch Polynome mit dem Grad 0, also das größte in dieser Funktion vorkommende n ist gleich 0. Allgemein geschrieben sieht dies dann so aus. p von x ist a 0x hoch 0. Nachdem x hoch 0 immer 1 ist, ist es egal was für x eingesetzt wird und wir erhalten an sich immer p von x ist a 0. x wird also immer auf den Koeffizienten des Monoms mit Grad 0 abgebildet. Solche Polynome werden konstante Polynome genannt, da sich eben im Resultat der Funktion nichts ändert, egal welches x man einsetzt. So ist beispielsweise p von x ist minus 11 ein konstantes Polynom. Es gibt eine Ausnahme, nämlich das sogenannte Nullpolynom. p von x ist 0. Hier ist jeder Koeffizient, also jedes a n gleich 0. Egal wie viele Monome dieses Polynom enthält, der Koeffizient jedes dieser Monome ist immer 0. Deshalb wird der Grad des Nullpolynoms als minusunendlich definiert. Aber dies nur so nebenbei. Polynome treten in vielen praktischen Problemen auf. Beispielsweise bei der Preisbestimmung von Fahrrädern. Siehe das Modulgleichungen. Eine weitere Klasse von Funktionen sind die rationalen Funktionen. Eine rationale Funktion hat die Form r von x ist gleich p von x durch q von x. Wobei p und q wiederum Polynome sind. Ein rationales Polynom ist zum Beispiel s von x. Das Problem ist, dass sich auf diese Art keine Funktion von r nach r, also die Menge aller reeller Zahlen, definieren lässt. Wenn wir beispielsweise die Funktion s an der Stelle x gleich 3 auswerten wollen würden, so ersetzen wir jede Stelle x mit 3 und erhalten 8 durch 0. 8 geteilt durch 0 ist kein sinnvoller Ausdruck und erst recht keine reelle Zahl. Die Frage, die sich jetzt sofort ergibt, ist die nach dem maximalen Definitionsbereich von s. Das heißt, wir suchen alle reellen Zahlen x, für die der Ausdruck s von x sinnvoll definiert ist. Mit anderen Worten, wir würden all diejenigen x ausschließen, für die der Ausdruck s von x nicht sinnvoll definiert ist. Und welche sind das? Naja, der Ausdruck s von x ist genau dann nicht sinnvoll definiert, wenn wir durch 0 teilen müssten, wie eben dargestellt. Wir müssen also alle Nullstellen des Polynoms, welches im Nenner des Bruches steht, ausschließen. Das Nennerpolynom ist in diesem Fall x² plus 2x minus 15. Die Nullstellen können wir hier mit der kleinen Lösungsformel berechnen, die wir im Modul Gleichungen bereits besprochen haben. Wir erhalten also als Nullstellen x1 gleich 3 und x2 gleich minus 5. Dies bedeutet, wenn man in die Funktion s von x für x die Zahl 3 oder die Zahl minus 5 einsetzt, dann erhält man als Lösung im Nenner des Bruches 0, was mathematisch nicht definiert ist. Somit müssen wir die Zahlen 3 und minus 5 aus der Definitionsmenge ausschließen. Der Graph dieser rationalen Funktion sieht dann also so aus. Die Stellen, an denen der Graph keine Werte hat, also minus 5 und 3, sind genau jene Stellen, an denen sie sich den Linien annähen, diese aber nie erreichen. Der maximale Definitionsbereich von s ist in diesem Beispiel also die Menge aller reellen Zahlen, für die das Nennerpolynom ungleich 0 ist, beziehungsweise die Menge aller reellen Zahlen ohne die Nullstellen des Nennerpolynoms 3 und minus 5, beziehungsweise kurz r ohne 3 und minus 5. Eine weitere wichtige Klasse von Funktionen sind die trigonometrischen Funktionen, oder auch Winkelfunktionen genannt. Das Wort Trigonometrie bedeutet auch Dreieckmessung. Trigonometrische Funktionen werden also grundsätzlich zur Berechnung von Größen in Dreiecken, wie Winkel und Seiten, verwendet. Ihre Anwendung in der Praxis ist äußerst mannigfaltig und wichtig. Sie reicht vom Vermessungswesen bis zur Beschreibung von periodischen Vorgängen in den Naturwissenschaften, wie Schallwellen, Wasserwellen und elektromagnetischen Wellen, aber alles der Reihe nach. Wir wollen nun die bekannteste aller trigonometrischen Funktionen, wenn nicht die bekannteste Funktion überhaupt, anhand eines Beispiels erklären und herleiten. Funktionsnamen können zwar beliebig vergeben werden, wie zum Beispiel Peters Gedächtnis P, jedoch gibt es bei sehr wichtigen Funktionen, wie bei der nun folgenden Funktion, fix definierte Namen. Der Name dieser wichtigen Funktion ist Sinus. Stellen wir uns vor, die Sportlerin aus dem Modul Gleichungen hat ihr neues Rad gekauft und ist nun auf diesem unterwegs. Ihre Radtour führt auf einer geraden Strecke durch den Wald. Sie kennt aber einen etwas aufregenden Umweg, der genau kreisförmig mitten durch die gerade Strecke führt. Nachdem unsere Sportlerin nach ihrem Sturz nun etwas vorsichtiger ist, hat sie ihr Smartphone mitgenommen, damit sie im Falle eines Sturzes sofort jemanden anrufen kann, der zur Hilfe kommt. Dazu muss sie aber wissen, wie weit sie vom normalen, gerade durch den Wald verlaufenden Weg entfernt ist, wenn es zum Sturz kommt. Da unsere Sportlerin nicht nur körperlich, sondern auch mattefett ist, erkennt sie schnell, dass sie hierfür nur die Sinusfunktion benötigt. Wir nehmen an, der kreisförmige Umweg hat den Radius von r gleich 1 Kilometer. Der Umfang eines Kreises berechnet sich mit 2 mal Pi mal r und beträgt somit 2 Pi mal 1 Kilometer, also 2 Pi Kilometer. Für eine komplette Umrundung des Umweges müsste die Sportlerin also 6 Kilometer, 283 Meter und noch ein paar Zentimeter zurücklegen. Aber dies beantwortet nicht die Frage, wie weit sie irgendwo auf der Strecke vom geraden Weg entfernt ist. Schauen wir uns dazu ein paar einfach zu bestimmende Stellen auf der Strecke an. Dazu gehen wir den Umweg schrittweise durch und stellen unsere Erkenntnisse grafisch dar. Auf der waagrechten Achse ist die Länge des Umwegs aufgetragen, beginnend bei 0 Kilometer bis 6,283 Kilometer. Oder eben 2 Pi. Nach oben und nach unten ist der Abstand zum geraden Weg eingezeichnet. Maximal kann dieser Abstand 1 Kilometer sein, weil der Radius des kreisförmigen Umwegs ja 1 Kilometer ist. Jeder Abstand über dem geraden Weg hat ein positives Vorzeichen. Jeder Abstand darunter hat hingegen ein negatives Vorzeichen. Am Start des Umweges, also nach 0 Kilometern zurückgelegter Strecke, hat sie sich noch nicht vom geraden Weg entfernt. Die Entfernung beträgt also 0 Kilometer zu diesem Punkt. Wenn die Sportlerin die gesamten 6,283 Kilometer am kreisförmigen Umweg durchgefahren ist, ist sie wieder am Ausgangspunkt des Umweges. Also ebenso wiederum 0 Kilometer vom geraden Weg entfernt. Ebenso 0 Kilometer vom geraden Weg entfernt ist die Sportlerin aber auch bei der Hälfte der Strecke, da der Umweg ja den geraden Weg kreuzt. Die zurückgelegte Strecke beträgt bei der Hälfte 3,1417 Kilometer. Oder auch genau Pi. Die kritischen Stellen für die Sportlerin sind jene, an denen sie am weitesten vom geraden Weg entfernt ist. Der weiteste Abstand vom geraden Weg kann maximal dem vollen Radius, also 1 Kilometer, entsprechen. Diesen Abstand erreicht die Sportlerin bei einer vollen Umrundung zweimal. Nämlich nachdem sie ein Viertel der Strecke gefahren ist und nachdem sie drei Viertel der Strecke gefahren ist. Hier und hier. Ein Viertel vom gesamten Umfang sind 2 Pi mal 1 Viertel, also Pi halbe. Und drei Viertel sind 2 Pi mal 3 Viertel, also 3 Pi halbe Kilometer. Nun dies waren die noch einfach zu bestimmenden Stellen auf dem Umweg. Dafür benötigt man noch keine trigonometrische Funktion. Wie sieht es nun aber auf allen Punkten der Strecke zwischen diesen Stellen aus? Je nachdem, auf welchem Punkt des Kreises die Radlerin unterwegs ist, ist die Abstand vom geraden Weg ein Wert zwischen 0 und 1 Kilometer. Stoppen wir die Sportlerin mal an irgendeiner Stelle zwischen dem Start des Kreises und der entferntesten Stelle, also Pi halbe, und zeichnen uns den gesuchten Abstand zum geraden Weg ein. Diesen Abstand nennen wir mal A. Nachdem der Umweg ja kreisförmig ist, gibt es auch einen Mittelpunkt dieses Kreises. Jeder Punkt auf dem Kreis ist von diesem Mittelpunkt genau einen Kilometer, also die Radiuslänge, entfernt. Zeichnen wir nun zum Punkt der Radlerin, also diesen Weg zum Mittelpunkt ein und nennen diesen Weg mal D. Somit erhalten wir ein Dreieck mit den Seiten A, D und der dritten Seite, die genau am geraden Weg liegt. Nennen wir diese Seite mal B. Durch den Satz des Pythagoras wissen wir, dass A² plus B² gleich D² ist. Der Wert von D ist uns bekannt, dieser ist 1 Kilometer. Also A² plus B² ist 1. Die Werte für A und B sind uns nicht bekannt. Den für A suchen wir ja. Es gibt aber eine Stelle auf dem Kreis, wo wir den Wert berechnen können. Wenn wir den Punkt der Radlerin am Kreis verschieben, können wir Folgendes beobachten. Am Beginn des Kreisweges ist der Abstand A noch sehr klein, dafür aber der Abstand B, jener zum Mittelpunkt des Kreises sehr groß. Je länger die Radlerin am Kreis unterwegs ist, desto größer wird der Abstand A vom geraden Weg und gleichzeitig wird der Abstand B umso kleiner. Am weitesten entfernt liegt der Punkt, wenn A gleich 1 Kilometer ist. Dann ist der Abstand B gleich 0. Mit anderen Worten, irgendwo auf dieser Strecke sind die beiden Abstände A und B gleich groß. Dieser Punkt, an dem A und B gleich groß sind, ist genau auf der Hälfte der Strecke von 0 bis Pi halber, also bei Pi viertel. Deshalb kann an dieser Stelle für B auch A geschrieben werden und der Satz des Pythagoras lautet somit Damit können wir A ausrechnen und wir erhalten A ist 0,7071 Kilometer. Die Radlerin ist also etwa 0,7 Kilometer vom geraden Weg entfernt, obwohl sie erst die Hälfte der Strecke zum entferntesten Punkt hinter sich gebracht hat. Nun, für diesen speziellen Punkt, an dem B gleich A ist, ist es ebenso noch recht einfach, den Abstand auszurechnen. Wie aber bekommt man die Werte der anderen Punkte? Hier hilft nun noch einmal die Tatsache, dass es sich um einen Kreis handelt. Positionen auf der Kreislinie können auch durch Winkel im Gradmaß angegeben werden. Man misst dabei immer gegen den Uhrzeigersinn. Da ein voller Winkel 360 Grad hat, hat auch ein voller Kreis 360 Grad. Folglich hat ein Halbkreis einen Winkel von 180 Grad und ein Viertelkreis einen Winkel von 90 Grad. Man kann also auch sagen, in einem Kreis mit Radius 1, wie in unserem Beispiel, entspricht 360 Grad 2 Pi. 180 Grad entspricht dann Pi und 90 Grad entspricht Pi halbe. Pi Viertel, also jener Winkel, für den wir soeben den Abstand zum geraden Weg berechnet haben, entspricht somit 45 Grad. Betrachten wir dazu nun auch das rechtwinklige Dreieck mit dem Winkel Alpha und den Seitenlängen A, B und D. Die Seite D ist dabei die Hypotenuse. Wir können also auch sagen, dass bei der Stelle 45 Grad, beziehungsweise mit dem Winkel Alpha 45 Grad, der Abstand A 0,7 km groß ist. Dieser Abstand A kann also genau diesem Winkel Alpha unseres Dreiecks zugeordnet werden. Umgekehrt kann man sagen, dass zur Berechnung des gesuchten Abstands A auch der Winkel Alpha herangezogen werden kann. Hier wird also ein Winkel einem Abstandswert zugeordnet und wie wir schon wissen, können Zuordnungen auch Funktionen sein. In diesem Fall heißt diese Funktion eben Sinus. Die Sinusfunktion ordnet also in rechtwinkligen Dreieckwinkelwerte Abstandswerten zu. Dies gilt nicht nur für die 45 Grad, beziehungsweise den Winkel von 45 Grad, sondern für alle Grade, beziehungsweise Winkel des Kreises. So entspricht zum Beispiel der Sinus von 30 Grad dem Abstandswert 0,5 km oder der Sinus von 80 Grad 0,98 km. Man muss somit nur den Winkel kennen und erhält durch diese Zuordnung den gewünschten Abstandswert. Mathematisch errechnet sich der Sinus eines Winkels Alpha als A durch D, also als Gegenkathete durch Hypotenuse. Da wir D, die Hypotenuse, mit 1 angenommen haben, werden hier Winkelwerte Alpha, Längenwerten A zugeordnet. Sinus von Alpha ist A. Aber Achtung! Dies gilt eben nur deshalb, weil wir die Länge D mit 1 angenommen haben. Ist D gleich 1, sprechen wir auch vom Einheitskreis. Unsere Sportlerin bestimmt den Winkel an ihrem aktuellen Standpunkt mit Hilfe einer Kompass-App auf ihrem Smartphone. Gebt diesen in die Sinusfunktion ein und weiß somit stets, wie weit sie sich vom geraden Weg entfernt befindet. Übrigens! Die Sinusfunktion ist periodisch. Das bedeutet, dass sie nur Werte zwischen minus 1 und plus 1 annehmen kann. Minus 1 und plus 1 inklusive. Und sich nach einem Durchlauf quasi wiederholt. Denn wenn die Sportlerin den ganzen Kreis abgefahren ist, ist sie wieder am Ausgangspunkt. Allerdings hat sie bis dorthin schon eine Länge von 2 Pi zurückgelegt, beziehungsweise alle 360 Grad des Kreis abgefahren. Diese Länge wird dann hinzugezählt, sollte sie eine weitere Runde drehen. Einen Durchlauf nennt man also auch Periodenlänge. Somit hat die Sinusfunktion eine Periodenlänge von 2 Pi beziehungsweise 360 Grad. Eine weitere wichtige trigonometrische Funktion ist der Cosinus. Ebenso wie der Sinus ist auch der Cosinus eine Funktion. Beschreibt also eine Zuordnung zwischen einem Winkel und einem Abstand zum Einheitskreis. Zuvor bezeichneten wir ja den senkrechten Abstand der Radlerin vom geraden Weg mit A und den waagerechten Abstand vom Mittelpunkt des Kreises mit B. Betrachten wir nun wiederum das Dreieck mit dem Winkel Alpha. Diesmal ist es aber nicht der Abstand zum geraden Weg, sondern jener Abstand, den die Sportlerin noch bis zur weitesten Entfernung zu diesem Weg zurückzulegen hat. Im Einheitskreis gilt für den Abstand B der Radfahrerin zum Kreismittelpunkt also, wenn sie bei 0 startet, so ist dieser Abstand einen Kilometer, also der Radius des Kreises. Ist die Sportlerin hingegen am äußersten Punkt angekommen, bei Pi halbe, ist dieser Abstand damit auf 0 zurückgegangen. Wenn sie weiterfährt, sich also vom Punkt Pi halbe weiter entfernt, so wird der Abstand dadurch wieder größer, bis er wiederum maximal einem Kilometer entspricht, wenn die Radlerin die Hälfte des Kreises abgefahren ist. Fährt sie noch weiter, also faktisch wieder zurück zum Ausgangspunkt, dann wird der Abstand bei 3 halbe Pi wiederum 0 und am Ende des Kreises wiederum 1 Kilometer. Die Cosinusfunktion, durch welche man die Werte für diesen Abstand erhält, verhält sich faktisch genau gleich wie die Sinusfunktion, allerdings um 90 Grad, also Pi halbe, verschoben. Dies wird schnell ersichtlich, wenn wir das Bild um 90 Grad nach links drehen. Wir erhalten ein Bild, das genauso aussieht wie jenes bei der Herleitung des Sinus. Der einzige Unterschied ist, dass die Radlerin jetzt ganz oben, also bei Pi halbe Meter zu starten scheint. Der Cosinus ist also nichts anderes als ein um Pi halbe verschobener Sinus. Damit gilt, Cosinus von x ist gleich Sinus von x plus Pi halbe. Es gibt noch viele weitere trigonometrische Funktionen, aber wir wollen es bei diesen beiden belassen. Übrigens, wir haben bei der Herleitung vom Sinus und Cosinus den Satz des Pythagoras angewendet. Des Weiteren wissen wir durch die Herleitung, dass im Einheitskreis für einen bestimmten Winkel Alpha A gleich Sinus Alpha und B gleich Cosinus Alpha gilt. Allgemein schreibt man also A gleich Sinus x und B gleich Cosinus x. Setzen wir dies alles nun in den Satz des Pythagoras ein, erhalten wir Sinus Quadrat x plus Cosinus Quadrat x ist gleich 1. Diese Formel gilt für alle reellen Zahlen für x und wird trigonometrischer Pythagoras genannt. Ungefähr handelt